Heute für euch im Test die Flashbang, 10 Stück Veko Feuerwerk von Veko, beziehungsweise gekauft aus dem Liene. Werden wir uns dann mal aufkriegen, würde. Hast du keine Kraft? Reiß doch die Scheiß einfach auf. Wollen wir Zeit drauf einlassen? Das schmeckt besser. Wir haben die Arzt geschafft. So öffnet man richtig nach einer Minute wieder. Ja, ich mach alles aus. Sind so verarbeitet, sehen so aus. Kann man machen, sind eigentlich so wie immer. Mal schauen, manchmal gehen sie auch nicht. Heute jetzt für euch im Test. Flashbang von, äh, Veko? Blatt! Eigentlich sehr stark. Er ist geil. Eigentlich sehr stark. Er ist geil. Gute!